Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, liebe Geschwister, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa sallam. Aisha, die Mutter der Gläubigen, sagte, die Offenbarung des Gesandten Allahs, sallallahu alaikum, begann mit dem wahrhaftigen Traumgesicht im Schlaf. Er hatte keinen Traum, der sich nicht wie das Morgenlicht bewahrheitete. Dann wurde ihm die Einsamkeit lieb gemacht. Das heißt, er liebte es, sich zurückzuziehen. Wollte nicht mehr unter den Menschen sein. Und er zog sich für mehrere Nächte in die Berghöhle Herat zurück, um dort Läuterung zu suchen, eine Art Gottesdienst, die Seele reinigen. Dann ging er zu seiner Familie zurück und besorgte sich Proviant hierfür. Und anschließend kehrte er wieder zu Khalidjah zurück, um sich neuen Proviant zu besorgen, bis die irgendwann die Wahrheit zu ihm kam, die erste Offenbarung, die Begegnung mit dem Engel Jibreel. Während er noch in dieser Höhle war. Der Engel kam zu ihm und sagte, Und er antwortete, ich kann nicht lesen. Und der Prophet SAW sagte, da packte mich der Engel und drückte mich, bis ich nicht mehr konnte. Und dann ließ er mich los und sagte noch einmal, Iqara, lies. Und der Engel packte ihn noch einmal und drückte ihn, bis er nicht mehr konnte. Und er ließ ihn los und sagte noch einmal, Iqara, lies. Iqara, lies. Und der Prophet SAW antwortete wieder, ich kann nicht lesen. Und noch einmal packte ihn der Engel und drückte ihn, bis er nicht mehr konnte. Und dann ließ er ihn los. Und diesmal sagte er ihm, Iqara, bismi rabbika, ladhi khalaq. Khalaq al-insana min alaq. Iqara wa rabbuka al-akram. Lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat. Der den Menschen aus einem Anhängsel erschaffen hat. Lies. Und dein Herr ist der Edelste. Und damit kehrte der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, mit bebenem Herzen zurück. Er ging zu Khadija. Und er sagte, deckt mich zu, deckt mich zu, oder hüllt mich ein. Er hat so gezittert am ganzen Körper. Und er dachte, vielleicht kommt das von der Kälte, so wie wir das machen, wenn wir Schüttelfrost oder sowas haben. Das wirkt nicht mal unbedingt, wenn das eine andere Ursache hat. Aber trotzdem hat man das Bedürfnis, dass man so eingehüllt wird. Und sie hüllten ihn ein, bis die Angst von ihm gegangen ist. Und dann erzählte er Khadija von diesem Ereignis. Und er sagte, ich hatte Angst um mein Leben. Aber Khadija antwortete, nein bei Allah, niemals wird Allah dich in Schande stürzen. Denn du pflegst die Verwandtschaftsbande, du hilfst dem Schwachen, gibst dem Mittellosen und nimmst den Gast freundlich auf. Und du greifst dem Notleidenden unter die Arme. Und dann verließ Khadija mit ihm das Haus. Und sie gingen zu ihrem Cousin, väterlicherseits, Wadaqa ibn Nawfal. Wadaqa ibn Nawfal ist in der Zeit vor dem Islam schon zum Christentum übergetreten. Er beherrschte das Hebräische und pflegte, solange Allah es wollte, das Evangelium in hebräischer Sprache abzuschreiben. Er war ein Greis, der später erblindete. Und Khadija sagte zu ihm, O Sohn meines Onkels, höre den Sohn deines Bruders an. Und Wadaqa fragte, was gibt es? Und so berichtete ihm der Gesandt Allah, was er erlebt hatte. Und Wadaqa sagte zu ihm, das war der gleiche Erzengel, den Allah zu Musa geschickt hat. Ich wünschte mir, ich wäre noch jung. Ich wünschte, ich würde so lange am Leben bleiben, dass ich noch miterlebe, wenn dein Volk dich vertreibt. Und der Gesandt Allah fragte daraufhin, werden Sie mich wirklich vertreiben? Und Wadaqa erwiderte, ja, es ist noch kein Mensch mit etwas Ähnlichem gekommen wie du, ohne dass er angefeindet wurde. Wenn ich diese Zeit noch erlebe, werde ich dich mit aller Kraft unterstützen. Es dauerte jedoch nicht mehr lange, bis Wadaqa verstorben ist. Und die Offenbarung blieb für eine Weile aus. Das ist ein vollständiger Hadith aus Bukhari. Über den Beginn der Offenbarung. So wie Aisha sie später berichtet hat. So wie es sich zugetragen hat. So wie der Prophet, Salallahu al-Slam, es mit seiner Frau Khadija erlebt hat. Die erste Offenbarung. Als der Engel Jibril ihn in der Höhle besuchte und ihm die ersten Worte eingegeben hat. Im Namen deines Herrn, der er erschaffen hat. Der Prophet, Salallahu al-Slam, liebte ja die Zurückgezogenheit in der Höhle. Und Aisha betonte es noch einmal in diesem Hadith. Sie sagte, es war in dieser Zeit, dass er es liebte, einfach sich von dem Menschen zu entfernen. Und das war etwas, was Allah ihm eingegeben hat. Es gehörte zur Vorbereitung auf seine Mission. Denn wenn Allah einen Menschen darauf vorbereitet, dass er andere Menschen zum Guten ruft, dann gibt er ihm eine Abneigung gegen das Übel und das Schlechte in der Gesellschaft in sein Herz. Und das ist nicht einfach so. Das ist deswegen, damit das später nicht einfach nur ein Job ist, sondern es ist eine Herzensangelegenheit. jemand möchte wirklich etwas ändern, weil er leidet. Er leidet selber unter dem, was er in der Gesellschaft sieht. Und er möchte etwas daran ändern. Es ist nicht einfach irgendein Job für ihn. Es ist keine reine Überzeugung von der Logik her. Es ist nicht wie wir heute, wenn wir manchmal einen Vers aus dem Koran zitieren. Hey, schau mal, Allah sagt das im Koran. Wäre das nicht an der Zeit für uns, dass wir etwas ändern, dass wir uns für den Islam, für das Gute einsetzen hier in der Gesellschaft, dass wir versuchen, etwas zu positiv zu verändern. Das ist eine Überzeugungsarbeit. Aber wenn du schon diese Abneigung dagegen im Herzen hast, dass du selber unter dem leidest, was du an Üblen siehst, dann ist es anders. Dann ist es anders. Wie willst du die Menschen wirklich mit vollem Einsatz zum Guten rufen, wenn dein Herz nicht dafür brennt? Stell dir einen Mediziner vor, der seinen Job nur deswegen macht, weil er damit Geld verdient? Das ist alles. Er hat irgendwann einmal geschaut, wo verdient man das meiste Geld? Oh, der Arzt. Der Arzt verdient ganz gut. Dann studiere ich Medizin. Er interessiert sich überhaupt nicht dafür. Weder für den Menschen noch seinen Aufbau, noch ist er interessiert daran, andere zu heilen. Es geht ihm einfach nur um das Geld. Wie wird er diesen Job machen? Oder ein Anwalt, der einfach Anwalt geworden ist, weil er sich verpflichtet sah, die Kanzlei seines Vaters zu übernehmen? Wird er sich wirklich mit Feuereifer für Gerechtigkeit einsetzen? Das, was dem Propheten aufgetragen wurde, war nicht ein Job wie irgendein anderer. Es ist die ernsteste Angelegenheit überhaupt. Und Allah hat ihn auf diese Art darauf vorbereitet. Er hat ihm etwas ins Herz gegeben, warum er das Übel in der Gesellschaft nicht mehr ertragen konnte. und er liebte es, sich zurückzuziehen. Und wie ernst diese Angelegenheit war, sieht man daran, wie der Engel ihm das mitgeteilt hat. Kennt ihr das, wenn ihr jemandem versucht, eine wichtige Sache mitzugeben? Man redet anders. Man redet nicht so locker, flockig. Man ändert die Art, wie man redet. Man ändert auch den Tonfall. Man spricht ernster, lauter, direkter. Du bist fokussiert. Du bist nur mit dieser einen Sache beschäftigt. Du lenkst deine Aufmerksamkeit auf denjenigen, den du erreichen möchtest und du erwartest das auch von ihm, dass er dir seine gesamte Aufmerksamkeit schenkt. Aber was sind für uns wichtige Sachen? Das ist vielleicht mal etwas im Job oder in der Familie mit den Kindern. Das kann sein. Das hier war der Engel Jibril. Und die Angelegenheit, mit der er gekommen ist, das war eine Angelegenheit, die die ganze Menschheit betroffen hat. Wie gibt er das dem Propheten Sallallahu alaihi wa sallam zu verstehen? Mit einer Geste. Er drückt ihn. Er packt ihn ganz fest. Wie der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam sagte, er hat mich genommen und gepackt und er hat mich so lange gedrückt, bis ich das nicht mehr aushalten konnte. Und dann hat er ihn losgelassen. Und das hat er nicht nur einmal gemacht, er machte das dreimal. Dreimal hintereinander. Warum? Warum diese Geste? Zum einen hat es dem Propheten Sallallahu alaihi wa sallam gezeigt, dass es kein Traum ist. Was sagen wir zu jemandem, wenn wir sicher gehen wollen, dass es kein Traum ist, was wir gerade erleben? Ich kenne das so, dass man manchmal sagt, kneift mich mal. Irgendwie so ein bisschen so, dass man was spürt. Das hier war anders. Er hat den Propheten Sallallahu alaihi wa sallam so gepackt, dass er keine Zweifel mehr haben könnte. Okay, das, was ich hier gerade erlebe, das erlebe ich wirklich. Das ist nicht etwas, was ich mir einbilde. Aber es ist noch mehr, es steckt noch mehr hinter dieser Geste. Das, was er ihm mitgegeben hat, ist eine gewaltige Angelegenheit. Eine schwere Sache. Allah sagt im Koran, لو أنselنا هذا القرآن على جبل لا رأيته خاشعا متسطعا من خاشعات الله Hätten wir diesen Koran als Offenbarung auf einen Berg hinabgesandt, dann würdest du ihn aus Furcht vor Allah demütig werden und sich spalten sehen. Das war ein Berg. Hätte Allah diesem Koran diese Worte im Namen der Erschaffen hat, hätte er das nicht auf den Propheten herabgesandt, sondern auf einen Berg. Dieser Berg, der hätte sich gespalten. Er hätte zu viel Angst vor Allah gehabt. Was ist das für eine Botschaft für einen Menschen? Was für eine Verantwortung? Was für ein Berg, der über einem schwebt? Und die Offenbarung war so. Die Offenbarung war manchmal sehr schwer. Im wörtlichen Sinne schwer. Einer der Sahaba sagte, er saß einmal mit dem Propheten, Sallallahu alaihi wa sallam, während der Prophet sein Knie auf seinem Oberschenkel hatte. Und es kam die Offenbarung. Und er sagte, das war so schwer und ich spürte die Last von seinem Bein, von seinem Knie auf meinem Oberschenkel, dass ich Angst hatte, das würde zerbrechen. Wenn der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam aus seinem Kamel geritten ist und die Offenbarung kam, dann ist das Kamel in die Knie gegangen. Es konnte nicht weiterlaufen. Was auch ein Zeichen davon ist, dass es real war. Das war keine Einbildung. Die Offenbarung war real und sie war schwer für ihn. Für den Propheten, Sallallahu alaihi wa sallam, war es schwer. Wenn selbst das Kamel in die Knie gegangen ist, was muss das gewesen sein? Der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam sagte, manchmal war die Offenbarung wie der Klang von einer Glocke. Wenn man sich das mal so vorstellt, man steht so neben einer Glocke und plötzlich läutet sie wie empfindet man das? Und er sagte, das war die Art, die man am meisten zu schaffen gemacht hat, die am schwersten für mich war. Aber es war ein Zeichen dafür, dass eine gewaltige Sache auf ihn zukam. Diese Offenbarung. Auf dich kommt etwas zu, was die Gesellschaft auf den Kopf stellt. Diese Botschaft ist nicht dafür da, um das Leben zu genießen. Wir haben nicht ein Buch bekommen, was Entertainment ist, was wir abends im Bett mal so Kapitel für Kapitel lesen. Das ist eine Sache, die mit einer Verantwortung kommt. Mit einer großen, schweren Verantwortung. Eine Verantwortung, die ein Berg nicht hätte tragen können. Der Berg hätte kapituliert. Aber der Mensch, der Mensch sagt so leichtfertig, hier, ich mache das. Ich mache das. Und die ersten Worte, die ihm mitgeteilt wurden, waren welche? Iqara. Lies. Ausgerechnet in der damaligen Zeit war die Botschaft Lies. Diese Botschaft kam zu einer Zivilisation, die mit Lesung und Schreiben nötig nichts am Hut hatte. Die Araber, was waren die Araber vor dem Islam? Das waren ein paar Stämme in der Wüste, die es geliebt haben, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Das waren die Araber. Und dann kommt diese Botschaft, dieser eine Befehl, Iqara, Lies. So einfach. Und aus dieser Gesellschaft, aus diesen Barbaren, wie man heute sagen würde, die sich da in der Wüste die Köpfe einstuben, ist eine Gesellschaft geworden, die Bücher und Bibliotheken hervorgebracht hat. Einfach nur als Antwort auf diesen Befehl. Es war zu ihrer Blütezeit die am weitesten fortgeschrittene Zivilisation. Sie hat das heute so bekannte Universitätensystem hervorgebracht. Das weiß heute kaum noch einer, aber die Idee kommt eigentlich von dieser Zivilisation. Und wenn man sie zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesehen hätte, dann hätte das niemand gedacht. Wenn damals einer gesagt hätte, das wird man eine Zivilisation des Wissens. Sie werden mal die Wissenschaften auf der Welt vorantreiben, da hätten alle nur mit dem Kopf geschüttelt. Aber diese Botschaft, dieses Buch, das am Anfang nur Sprache war, es wurde nur rezitiert, das war die Geburt von Bibliotheken. Kein Buch wird mehr gelesen als dieses. Und es gibt kein Buch, über das mehr geschrieben wird als der Koran. Er konnte ließ. Im Christentum war es lange Zeit verboten, dass man die Bibel liest. Bei Strafe verboten. Es drohte einem die Todesstrafe. Das ist erst anders gekommen mit der Zeit der Reformation. Martin Luther und die Entstehung der evangelischen Kirche. Martin Luther war derjenige, der die Bibel ins Deutsch übersetzt hat. Und das war damals Ketzerei. Man kann deswegen verstehen, warum die Leute aus Europa dachten, Religion ist Opium für das Volk. Hier mag das auch so gewesen sein, aber bei uns war das anders. Wir hatten nie so eine Zeit, wo die Religion quasi heiliges Wissen war, was der normale Mensch nicht berühren durfte. Das war im Christentum so, das war auch in anderen Religionen so. In der Zeit des Pharaos mit seinen Priestern, da war die Religion auch nicht eine Angelegenheit des Volkes. Zugang hatte der Pharao mit seinen Priestern. Und die Priester, das waren natürlich seine Leute. Das war in vielen Religionen so. Bei den Hindus war es nicht anders. Aber wir hatten vom ersten Tag an den Auftrag Lies, Iqbala. Und früher war es so, dass es nicht gerne gesehen wurde, wenn der Muslim nicht mindestens einmal im Monat den ganzen Koran durchgelesen hat. Ich rede von normalem Muslim, der lesen und schreiben kann. Mindestens einmal im Monat. Ansonsten war das komisch. Wir werden dazu aufgefordert, uns mit dem intellektuellen Gut unserer Religion auseinanderzusetzen. Iqbala liest. Dieser eine Befehl hat eine erstaunliche Nation hervorgebracht, was Wissen betrifft. Wenn man mal in unserer Geschichte liest, ich rede gar nicht über die weltlichen Wissenschaften. Einfach nur mal in der Geschichte unserer Religion. Der bekannte Gelärter Al-Bukhari hat eine Viertelmillionen Hadith auswendig gekannt. Eine Viertelmillionen, 250.000. Imam al-Shafi'i, der Begründer der shafi'itischen Rechtsschule, war jemand, der eine Seite im Buch auswendig lernen konnte, einfach nur, wenn er einmal drauf schaut. Er sagte selber, wenn er ein Buch gelesen hat, dann hat er immer eine Seite zugedeckt, damit er nicht beide Seiten sieht und beide Seiten schon so im Gedächtnis abspeichert. Er wäre sonst manchmal übereinander gekommen, aber er hat quasi eine Seite aufgeschlagen, die andere zugedeckt, diese Seite nur angeschaut und er konnte sie schon auswendig. Al-Wafah ibn Ma'akil hat eine Enzyklopädie geschrieben mit 300 Bänden. 300 Bände. Eine ganze Enzyklopädie. Was für eine Nation ist darüber entstanden, aus einem einfachen Befehl? Ikhra, Lies. Die Spuren davon finden wir noch in der heutigen Gesellschaft. Hier, hier in Europa, ich rede nicht von den arabischen Ländern. Wenn wir heute von einem Admiral sprechen, dann meinen wir damit, einen Amir al-Bahra. Daher kommt das deutsche Wort Admiral. Amir al-Bahra, das ist der Befehlshaber der Meere. Es kommt eigentlich aus dem arabischen, der Befehlshaber der Meere. Das ist das einzige Wort, viele Wörter in unserer Sprache. Kaffee kommt von Kahwa. Kuppel, ganz normale Kuppel, kommt von Kuppa, dem arabischen Wort dafür. Makaber, makabere Witze, makabere Spräße, makabere Humor. Es kommt von Makabir, das arabische Wort für Gräber. Magazin, wenn wir ein Magazin lesen, eine Zeitschrift, es kommt von Mahzan. Matratze, kommt von Matrah. Alkohol, da hört man schon an der ersten Silbe, Al, der arabische Artikel, der, die das. Al-Kuhul ist das arabische Wort. Ein Elixier ist eigentlich ein Al-Iqsir, ein arabisches Wort. Wenn die Polizei eine Razzia durchführt, dann führt sie eigentlich eine Razzia durch. Razzia ist das arabische Wort für einen Angriff. Zucker kommt aus dem Arabischen, klingt fast genauso. Zucker und Ziffer kommt vom arabischen Ziffer. So findet man die Spuren von dieser einzigen Zivilisation noch in der heutigen Zeit. Heute fragen sich vielleicht die Leute, wie kann das sein, aus der arabischen Sprache nach Europa, was hat Europa damit zu tun? Man könnte es eher bei englischen Worten verstehen, aber arabisch, als hier das dunkle Mittelalter war, da blühte das Islamische Reich. Da war der Westen, was die Wissenschaften betrifft, Nettoimporteur, vom Islamischen Reich. Kann man sich heute kaum noch vorstellen. Es begann mit der ersten Offenbarung, Iqra, lies. Das Interessante ist, dass der Prophet, Salam al-Azim, selber nicht lesen konnte, bis zu seinem Tod. Er hat andere ermutigt, aber er konnte es selber nicht. Er wird auch so im Koran beschrieben als Ummi. Ummi ist jemand, der nicht lesen kann. Es kommt von dem arabischen Wort Umm für Mutter. Was eigentlich bedeutet, du bist wie jemand, der gerade erst von seiner Mutter geboren wurde. Er kann auch nicht lesen und schreiben. Und so wird er auch in Prophezeiungen dargestellt. Der letzte Prophet ist jemand, der nicht lesen und nicht schreiben kann. Aber das hatte auch eine Weisheit. Hätte er es gekonnt, hätte er damals zu den Intellektuellen gezählt, dann hätte man sofort gesagt, ah, es ist klar, woher das Wissen im Koran kommt. Das Wissen von früheren Zivilisationen, vom Christentum, vom Jugendtum. das hat er irgendwo abgeschrieben. Aber diese Erklärung, die ist bei ihm ausgeschrieben. Aber auch nachdem er Prophet war, nachdem es eigentlich klar war, hat er nicht lesen und schreiben gelernt. Wir lernen heute durch Lesen. Das ist die Art, wie wir lernen. Wir lernen durch Iqra, durch Lies. Der Prophet hat direkt von Jibril gelernt. Vom Erzengel Jibril. Was will er von irgendeinem Buch lernen? Welches Buch hätte er lesen sollen? Wenn Jibril dein Lehrer ist, brauchst du keine Bücher mehr. Iqra. Lies im Namen deines Herrn, der er schuf. Iqra Bismarabbike alladhi khalaq. Lies im Namen deines Herrn. Lies im Namen deines Herrn. Lies ist, lies nicht in deinem eigenen Namen. Es ist nicht deine Botschaft. Das, was du vorträgst, das wurde schon im ersten Vers klar gemacht. Das ist die Botschaft von Allah. Von dem Schöpfer von Himmel und Erde. Es sind nicht deine Worte. Wenn es die Worte des Propheten wären, Sallallahu alayhi wa sallam, dann würde es mich gar nicht interessieren. Dann war es halt irgendein Mensch vor 1400 Jahren, der seine persönliche Sicht mitgeteilt hat. Aber die Worte sind doch deswegen interessant, weil sie die Worte von jemandem anderen sind. Und was auch zeigt, dass der Prophet Sallallahu alayhi wa sallam keine Absicht hatte, sich selbst zu promoten. Nicht wie einige Philosophen und Intellektuelle. Sie wollen sich selber in den Vordergrund stellen. Das sind meine Worte. Das waren nicht die Worte des Propheten, Sallallahu alayhi wa sallam. Es kommt nicht von mir. Und das wurde ihnen im ersten Vers schon gesagt. Das ist etwas, was von Allah kommt. Sonst würde auch niemand dem Ganzen Beachtung schenken. Lies im Namen des Herrn, der erschuf. Er erschuf den Menschen aus einem Blutkruppen, aus einem Anhängsel. Lies, denn dein Herr ist der Edelste. Hier kommt noch einmal noch einmal liest, noch einmal diese Aufforderung. Es ist nicht mit einmal Lesen getan. Schon in der ersten Offenbarung wird klar, das muss sich wiederholen. Wieder und wieder. liest, denn dein Herr ist der Edelste. Der mit dem Stift lehrt. Lehrt den Menschen, was er nicht wusste, um aus diesem Anhängsel, aus diesem Blutkruppen einen Menschen zu machen. So wie wir heute. Wie hat der Schöpfer das gemacht? Er hat ihm eine Möglichkeit gegeben, Wissen zu erlernen und weiterzugeben. Wie profitieren wir von der Erfahrung von Menschen von vor 2000 Jahren? Allah hat ja den Menschen als Khalifa gemacht, hier auf dieser Welt. So wird es im Koran beschrieben. Ein Khalifa ist jemand, der sich über Generationen fortpflanzt. Eine Generation nach der anderen. Aber wie profitiert die eine Generation vom Wissen der vorherigen Generation? Und das unterscheidet den Menschen von einem Tier. Wir hatten mal eine Katze und ich habe sie mal beobachtet, wie sie ihren Kindern das Jagen beibringt. Und er hat es tatsächlich so gemacht, dass sie rausgegangen ist, etwas gefangen hat, hat es noch so ein bisschen am Leben gelassen und kam dann damit zu ihren Babys, um ihnen zu zeigen, wie man jagt. Die Katze kann ihren Babys das nur auf diese Art und Weise zeigen. Sie kann ihren Babys kein Buch geben, hey, hier könnt ihr jagen lernen. Sie muss ihnen das zeigen. Der Mensch ist anders. Der Mensch profitiert von dem Wissen von einer Generation zum nächsten. Woher kennen wir überhaupt heute die Geschichte von Adam, warum wir hier in dieser Welt sind? Adam selber erlebt ja nicht mehr, dass er uns das mitteilen könnte. Also woher? Woher sollten wir das wissen? Und Allah hat dafür gesorgt, dass der Mensch dieses Wissen bewahren kann. Etwas, was den Menschen von allem anderen unterscheidet. Lies, denn dein Herr ist der Edelste. Derjenige, der den Menschen mit dem Stift lehrt. Der Mensch benutzt den Stift. Und er hat den Menschen das gelehrt, was er nicht wusste. Wie ist der Mensch auf diese Idee einmal gekommen? Dass er laute, das, was er sagt, Wörter, Sätze, laute, dass er diese in Symbole umwandelt, die man lesen und verstehen kann, auch wenn man nicht direkt vor einem steht, wenn man diese Laute nicht mehr äußert. Heutzutage ist das selbstverständlich. Wir gehen irgendwann in die Schule und wir lernen das. Aber wie ist der Mensch einmal auf diese Idee gekommen? Das ist eine Form der Rechtleitung von Allah. Das hat er ihm einfach so mitgegeben. Der Prophet sagte, der erste Mensch, der geschrieben hat, dem Allah das Schreiben eingegeben hat, das war der Prophet Idris. Das war der Erste. Und hätte er das nicht getan, hätte Allah nicht ihm das als Ersten eingegeben, dann würden wir heute nicht lesen und schreiben. Wie ist der Mensch jemals auf diese Idee gekommen, zu schreiben? Das war die erste Offenbarung. Iqra, berühmte Worte. Ein berühmtes Wort, es ist nur ein einziges. Aber fast jeder Muslim kennt es. ließ. Wie reagierte nun der Prophet Israel darauf? Er bekommt diese Offenbarung, er macht diese Erfahrung in der Höhle. Der Engel kommt zu ihm, packt ihn, drückt ihn mehrmals hintereinander und gibt ihm dann diese Worte mit. Er hatte Angst. Das ist eine normale Reaktion, er hat Angst. Er rennt von der Höhle runter nach Hause. Und das muss man mal in Mecca sehen, was das für ein Akt war, von der Höhle nach Hause zu rennen. Also wenn man da normal hoch geht, braucht man ungefähr eine Stunde. Jetzt kann man sich das vorstellen, wie es ist, von da oben runter und nach Hause. Aber man kann sich vorstellen, wie der Prophet Israel sich fühlte. Aber seine Reaktion zeigt auch, dass er aufrichtig war. Wenn er ein Betrüger gewesen wäre, diese Leute, die behaupten, dass sie eine Offenbarung bekommen, die reagieren gar nicht so. Die werden nicht so gepackt von der Angst und wissen erst mal nicht, was sie tun sollen. Die kommen irgendwann ganz gemütlich und sagen, ja, ich bin ein Prophet. Ich habe Offenbarungen bekommen. Der Prophet ist aber das und war nicht so. Der Unterschied zwischen ihm und den anderen ist, dass er das nicht erwartet hat. Er wusste, dass er auf irgendetwas vorbereitet wird, dass etwas kommt, aber das nicht. Nein. Er wusste nicht, dass er einmal Prophet wird, dass er derjenige ist, der Offenbarungen zu den Menschen bringt, dass ein Engel ihn besucht. Damit hat er nicht gerechnet. Deswegen war das seine Reaktion und das ist das, was ihn von dem Betrüger unterscheidet. Ein Betrüger plant das Ganze, ja. Er weiß, was er vorhat. Deswegen ist er ganz chillig. Der Prophet ist aber das. Er hatte Angst. Er hatte richtig Angst. Angst. Und wo geht er dann hin? Er geht zu seiner Frau Khadija. Das ist wirklich ein Moment in der Lebensgeschichte des Prophetes, den ich sehr mag. Welche Verbindung muss zwischen ihm und Khadija gewesen sein? Wenn wir uns das mal heute vorstellen, wenn wir von Angst gepackt werden, wir erleben etwas, was uns richtig Angst eingejagt, wo gehen wir hin? Wir zittern am ganzen Körper. Vielleicht würden wir versuchen, das vor dem Menschen zu verheimlichen. Würden wir es überhaupt jemandem mitteilen? Und wenn ja, wem? Vielleicht den besten Freund, wo man keine Angst hat, vielleicht den Status zu verlieren? Wo würde man hingehen? Er geht zu seiner Frau. Der Prophet geht zu seiner Ehefrau Khadija. Und was sagt uns das über diese Verbindung zwischen den beiden? Seine Ehefrau, das war der Ort, wo er Trost gefunden hat. Sie war so etwas wie seine beste Freundin. Jemand zum Reden. Jemand, mit dem man seine Sorgen teilen kann. Jemand, der einem Mut macht. Wenn du völlig durcheinander bist, dann hilft er dir, deine Gedanken zu ordnen. Anders hat Khadija für ihn getan. Er kam zu ihr und war von Angst gepackt. Und sie sagt ihm, hab keine Angst. Schau doch, wer du bist, wie du dich hier für das Gute einsetzt innerhalb der Gesellschaft. Allah wird dich nicht lassen. Allah wird dich nicht lassen. Es sagt viel aus über die Ehe zwischen dem Propheten, salallahu alaihi wa sallam, und seiner Frau Khadija. Und das Interessante ist, woher wusste sie, ohne Offenbarung, dass das niemals eine Sache ist, die man sich einfach so einbildet, dass das nicht vom Schaitan, vom Satan sein kann. Sie sagte ja zu ihm, nein, bei Allah, niemals wird Allah dich in Schande stürzen. Du pflegst die Verwandtschaftsbande, du hilfst dem Schwachen, du gibst dem Mittellosen und du nimmst den Gast freundlich auf. Und du greifst dem Notleidenden unter die Arme. Das hat für sie ausgereicht. Sie wusste, dass ein Mensch, der sich so benimmt, er wird von Allah nicht gelassen. Allah überlässt ihn nicht einfach so dem Schaitan. Und wenn wir das möchten, dass Allah uns vor Schaitan bewahrt, dann ist das der Weg. Wenn wir möchten, dass Schaitan uns nicht durcheinander bringt, dann ist das ein Plan dafür. So weht der Prophet Sadrassim. Er pflegt die Verwandtschaftsbande, hilft dem Schwachen, dem Mittellosen, dem Gast, ist der Gegenüber freundlich und ergreift dem Notleidenden unter die Arme. Wenn du das tust, dann bist du auf einem guten Weg, dass Allah dich vor dem Schaitan bewahrt. Und sie gehen gemeinsam zum Cousin von Khadija zu Waraka. Und er sagt ihm, dass er vertrieben wird. Und der Gesandte war, dass er überrascht. Werden sie mich wirklich vertreiben? Und Waraka sagt ihm, ja, es ist noch kein Mensch mit etwas Ähnlichem gekommen, wie du, ohne dass er angefangen wurde. Und wenn ich diese Zeit noch erlebe, dann werde ich dich mit aller Kraft unterstützen. Der Prophet Sadrassim war überrascht. Werden sie mich wirklich vertreiben? Und zu Recht. Er hat damit überhaupt gar nicht gerechnet. Aber warum nicht? Weil er in der Gesellschaft für seinen Charakter bekannt war. Er wusste, dass die Leute ihn schätzen. Wir haben die Begebenheit von Wiederaufbau der Kaba gehört. Wie die Leute untereinander sich gestritten haben und als sie gesehen haben, dass er in die Moschee kommt, wussten sie sofort, wer derjenige ist, der über diese Sache entscheidet. Und diese Leute, die mich so sehr schätzen, sollen mich vertreiben? Und ich bin schon 40 Jahre unter ihnen, ich bin kein Fremder für sie. Und tatsächlich verwendet Allah den Charakter des Propheten Sadrassim als Argument gegen diese Leute. Und er sagt über sie, ihr dürft seine Botschaft nicht ablehnen. Ihr habt kein Argument, keine Ausrede. Allah sagt im Koran, in Suratul Qalam, Und du hast einen gewaltigen Charakter, der dich ausmacht. So könnte man das übersetzen. Ein gewaltiger Charakter. Aber dieser Vers steht nicht einfach so in Suratul Qalam. Diese Sura wurde relativ früh offenbart. Und diese Sura verwendet die Aussage, den Charakter des Propheten, als Argument gegen die Leute, die in der Frühzeit seine Botschaft abgelehnt haben. In diesem frühen Stadium des Prophetentums. Ihr könnt das nicht ablehnen. Ihr kennt doch seinen Charakter. Jetzt wird man sagen, okay, im Normalfall, wenn ich einen Menschen habe, den ich kenne, den ich schätze, von dem ich weiß, dass er aufrichtig ist und dass er die Wahrheit liebt, wenn der zu mir kommt und sagt mir etwas, dann nimmt man das ja auch nicht einfach so ab. Aber was war die Botschaft, die der Prophet Sura, das dem der Menschen mitgeteilt hat? Was hat er ihnen gesagt? Wovon hat er sie versucht, zu überzeugen? Er sagte zu ihnen, ich bekomme Botschaften von einem Engel. Und dieser Engel überbringt mir Offenbarungen vom Schöpfer von Himmel und Erde. Und diese Botschaft besagt, dass ihr auferweckt werdet. Wenn ihr sterbt, werdet ihr wiedererweckt. Und er wird auch versammeln und dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ihr geht ins Paradies, oder er geht für ewig nach Jahannam und die einzige Rettung für euch ist, mir zu folgen. Das war seine Botschaft. Stellen wir uns mal für einen Moment vor, wir müssten unseren Nachbarn davon überzeugen. Wir klopfen einfach an seine Tür und er öffnen den guten Tag und wir würden ihm das präsentieren. Der würde uns zwar verrückt halten. Er würde sagen, was würdest du mir hier erzählen? Das war die Situation des Propheten. Das war das, was Allah ihm aufgetragen hat. Das war die Botschaft für die Menschen, von denen er sie überzeugen musste. Aber Allah sagt, ihr habt keine Ausrede, selbst so etwas abzulehnen. Bei mir oder bei uns heutzutage, ja, die Leute kennen uns, die finden uns vielleicht ganz nett, aber die würden uns das niemals abkaufen. Aber Allah sagt über den Propheten, Dein Charakter ist so herausragend, dass die Leute nicht einmal eine Ausrede haben, das abzulehnen. Nicht einmal das. Egal, was du ihnen erzählst. Engeloffenbarung über das Jenseits spielt keine Rolle. Die Menschen kennen dich für 40 Jahre jetzt und sie haben deinen Charakter kennengelernt. Bei dir hat kein Mensch eine Ausrede, wenn er dich kennenlernt, dass er irgendein Wort von dir ablehnt. Kein Einziges. Daher war die Überraschung des Propheten des Saladarsim groß. Sie werden mich wirklich vertreiben. Aber woher wusste Wadaka das? Woher wusste der Kursar von Khadija, dass er vertrieben wird? Ich meine, gut, er war ein Mann der Lesung und schreiben konnte, man würde sagen, ja, das weiß er aus der Geschichte. Er kannte ja die Geschichten von früheren Propheten. Aber woher weiß er, dass die Geschichte sich so sicher wiederholt? Es könnte ja diesmal anders sein. Ich meine, jetzt sind andere Begebenheiten und er kannte ja auch den Propheten, das erkannte Mohammed. Er wusste, welchen Status er in der Gesellschaft hat und könnte ja sagen, okay, früher ist das manchmal so passiert, aber jetzt ist das vielleicht anders. Nein, nein. Er wusste, die Geschichte wiederholt sich. irgendwie lernt der Mensch nie aus der Geschichte und das ist bis zum heutigen Tag so. Warum ist das nur so? Was ist das, was die Menschen früher zu ihren Fehlern getrieben hat, zu Ungerechtigkeiten? Das war ja nicht die, ja, die Sache, dass sie nicht gelernt haben, dass sie das nicht erkannt haben. Das, was sie dazu getrieben hat, das waren so Gründe wie Neid, Herrschsucht, Egoismus. Das waren so Gründe. Diese Gründe, die lagen in der Natur des Menschen und die Natur des Menschen hat sich nie geändert. Deswegen wiederholt sich die Geschichte immer und immer wieder. Das hat mit dem Lernen aus der Geschichte überhaupt nichts zu tun. Die Natur des Menschen müsste sich einmal ändern. Solange das nicht passiert, wird sie die Geschichte auch immer wiederholen. Ich beobachte das allen voran in der heutigen Zeit. Was für ein Geschrei hier in Deutschland. Nie wieder Konzentrationslager. Nie wieder. Sowas darf es nie wieder geben. Ja, genau. Darf es nie wieder geben, oder? Die Situation der Uiguren in China, die zeigt sehr deutlich, wenn damals Auschwitz per Twitter übertragen worden wäre, hätte die Menschheit einfach zugeschaut. Nie wieder. Ich kann es nicht mehr hören. Der Mensch lernt nicht aus der Geschichte. Der Mensch ist immer der Gleiche. Und diese Worte ließen die erste Offenbarung, womit alles angefangen hat. Die waren noch mehr. Sie waren nicht nur der Beginn einer Zivilisation, die Bibliotheken gegründet hat. Sie waren auch die Erfüllung einer Prophezeiung in der Bibel. Barakallahu liu lakum wa jazakum ullahu khayran. A'la hausen istimaikum.